5 vor 1 VfB Stuttgart führt Borussia Dortmund vor. VfB Stuttgart demonstriert Stärke gegen Borussia Dortmund. In einem atemberaubenden Bundesligaspiel hat der VfB Stuttgart die Borussia Dortmund eindrucksvoll mit 5 Score 1 besiegt. Die Partie, die am vergangenen Wochenende stattfand, stellte die Überlegenheit der Stuttgarter eindrucksvoll unter Beweis. Vor heimischem Publikum im Mercedes-Benz Stadion traten die Schwaben gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga an und zeigten eine herausragende Leistung. Der VfB Stuttgart eröffnete das Spiel furios und ließ dem BVB von Beginn an keine Chance. In den ersten 45 Minuten erzielte die Mannschaft mehrere Tore, was den Spielverlauf zugunsten der Gastgeber beeinflusste. Waldemar Anton, einer der Schlüsselspieler der Begegnung, wird zitiert, dass die Mannschaft von Anfang an sehr offensiv und aggressiv aufgetreten sei. Diese Taktik habe sich als äußerst erfolgreich erwiesen, da die Abwehr der Dortmunder mehrfach überfordert war. Die Stuttgarter waren nicht nur in der Offensive stark, sondern auch defensiv gut organisiert. Die Spieler agierten als Einheit und machten es dem BVB schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Das dominierende Mittelfeld der Stuttgarter kontrollierte das Spielgeschehen und sorgte dafür, dass die Dortmunder immer wieder in Bedrängnis gerieten. Auch die Einwechselspieler trugen maßgeblich zum Erfolg bei und setzten die Gäste weiter unter Druck. Die Borussia Dortmund hingegen wirkte überfordert und konnte in der ersten Halbzeit kaum Akzente setzen. In der zweiten Halbzeit versuchte der BVB zurückzukommen und das Spiel zu drehen, erzielte aber lediglich ein Ehrentor. Diese Reaktion wurde von den Spielern des VfB Stuttgart erfolgreich neutralisiert. Hier ist die Übersetzung des Textes ins Deutsche. Anton bemerkte zudem, dass die Kommunikation innerhalb der Mannschaft während des gesamten Spiels vorbildlich gewesen sei, was entscheidend für den Erfolg war. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der VfB Stuttgart Borussia Dortmund mit einer überlegenen Teamleistung vorgeführt hat. Die Fans konnten sich über ein packendes Spiel freuen, in dem die Mannschaft einmal mehr zeigte, dass DC sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert hat. Am Ende des Spiels waren die jubelnden Stuttgarter Fans der beste Beweis für die hervorragende Leistung ihres Teams. Die Niederlage für Dortmund stellt hingegen eine Warnung dar, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt, um in dieser Saison die gewünschten Erfolge zu erzielen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Teams in den kommenden Spielen präsentieren werden. Autor Anita Farke, Sonntag 22. September 2024